Keir Passer Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und ja, es ist wieder soweit, ein weiterer Teil von Mythos oder nicht, beziehungsweise manchmal, oft ist es auch irgendwas dazwischen. Viel Spaß, ab dafür! So, und mittlerweile eine sehr beliebte Reihe und dadurch, dass ihr in den Kommentaren auch immer sehr, sehr viel Input gebt, das könnt ihr gerne weiterhin tun, haben wir auch immer mehr Stoff für Fortsetzungen, deswegen macht es auch gerne weiterhin, schreib deine Meinung, aber schreib auch gerne irgendetwas, irgendein vermeintlicher Mythos, zu dem du gerne meine Meinung hättest und wir arbeiten das jetzt einfach durch. Ich habe gemerkt, in den letzten Videos war ich ein bisschen ausführlich, ich werde versuchen, das heute ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen gekürzter vorzutragen. Ja, ich lache schon, weil ihr kennt mich, aber ich gebe mir Mühe. Dann Emil, lass uns loslegen. Okay, Mythos 1. Übertraining. Existiert es oder nicht? Und das ist eine Frage, wo man gleich von Anfang an, oder ein Mythos oder nicht, wie auch immer, wo man von Anfang an gleich sagen muss, hier ist sich ja sogar die Wissenschaft relativ uneinig. Also das heißt, man streitet sich hier. Es gibt die Stimmen, die wirklich sagen, rein theoretisch existiert ein Übertraining nicht, denn alle Parameter stimmen. Vor allem auf Ernährung wird hier meistens gegangen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, denn wir müssen meiner Meinung nach auch immer die Extreme betrachten. Und wenn wir jetzt einfach mal ein Übertraining definieren, dann ist es für mich persönlich, dass man alle Parameter so schlecht berücksichtigt, dass die Regeneration nicht mehr ausreichend stattfinden kann. Das heißt zum Beispiel, man kann zum Beispiel durch Steroide die Muskelregeneration deutlich verbessern. Das bedeutet, hier hast du schon mal sehr, sehr viel getan. Du kannst auch durch verschiedene weitere Steroide, hier bestes Beispiel zum Beispiel Dianabol mit bis zu 75% Unterdrückung von Cortisol, im Gegensatz zu, was die Nettis zur Verfügung haben, vielleicht Ashwagandha mit knapp 20%, was aber für Nettis schon echt gut ist, muss man sagen. Aber hier einfach nochmal zum Vergleich. Oder Trembolon, der König in dieser Disziplin, der dir dein Cortisol fast komplett plätten kann. Aber ist das gesund? Nein, ist es nicht. Denn hier geht es auch um die Nebennierenrinde zum Beispiel, wo solche Hormone mitunter produziert werden und die tatsächlich auch nachhaltig geschädigt werden kann durch so eine Überstrapazierung, Überbelastung. Du kannst dich quasi verbrauchen. Und es gibt sogar ein Krankheitsbild, das jetzt nicht unbedingt anerkannt ist, aber das nennt sich Nebennierenrindenschwäche. Und das Ding ist, dass die Synthese verschiedener Hormone dann dadurch geschädigt bleibt. Also das nur mal dazu. Auch das ist eigentlich kein wünschenswerter Zustand. Aber ich schweife ab. Was ich sagen möchte ist, tatsächlich ist es möglich, zum Beispiel Faktoren, die zu Übertraining führen, wie das bekannte Cortisol, zu unterdrücken. Aber auch das führt wieder langfristig dazu, dass man sich ausbrennt. Und jetzt nur mal, um auf das Unmittelbare zu gehen. Wenn du dir nicht genug Regenerationszeit lässt, ob Stoff oder nicht, denn Stoff wirkt sich meistens nicht auf das zentrale Nervensystem aus, also auf die Reize, die dahingehend regenerieren müssen quasi, sondern nur auf die Muskelregeneration. Klar, ich weiß, bei Wachstumshormonen ist man da strittig. Und auch Drostanolon steht in dem Ruf, so ein bisschen was für das zentrale Nervensystem zu tun. Aber auch das hat Grenzen. Und deswegen sage ich ganz, ganz klar, die Frage ist ja nur, existiert es oder nicht? Ich sage, es existiert. Denn wenn du die Regenerationsparameter nicht beachtest, das heißt zum Beispiel zu kurze Pausenzeiten zwischen den Trainingseinheiten, du lässt die Muskeln nicht regenerieren, keine ausreichende Regeneration durch passende oder zielgeführte Ernährung oder durch zu wenig Schlaf, und wir können die Reihe ewig so weitermachen, dann hast du mit Sicherheit sehr schnell eine Symptomatik, die man als Übertraining bezeichnet. Nämlich diese besagte Lethargie, Schlaflosigkeit, Schlaffheit, kein Pump mehr, kein Fortschritt mehr im Muskelaufbau und eben tatsächlich auch vielleicht sogar ein gewisser Rückgang im Muskelaufbau, wo man einfach merkt, du wirkst konträr dagegen. Und das ist definitiv meiner Meinung nach als sogenanntes Übertraining zu kennzeichnen. Was mich angeht, Übertraining existiert. Deine Meinung interessiert mich. Ich habe erklärt, warum ich das so sehe. Mythos 2 Kohlenhydrate und Fette machen dick Ich persönlich glaube, das ist einer der Mythen, bei dem euch allen schon klar sein sollte, dass es falsch ist, oder? Schreibt es gerne rein. Woher kommt es? Hier eigentlich relativ einfach. Da Kohlenhydrate Insulin ausschütten quasi und Insulin quasi dann dafür sorgt, dass Nährstoffe, ganz wichtig, nicht nur Kohlenhydrate, sondern generell Nährstoffe aus dem Blut in die Zellen eingelagert werden, kam dann halt die logische Schlussfolgerung, dass wenn eben auch Fett zirkuliert und quasi das dann in die Zellen gesogen wird, du Fett wirst dadurch. Oder fetter oder mehr dazu tendierst, Fett aufzubauen. Es gibt da tatsächlich viele Untersuchungen zu, die gezeigt haben, dass eine Kalorienbilanz hier wie immer das Ausschlaggebende ist. Also, dass du tatsächlich nicht dicker wirst, wenn du Kohlenhydrate und Fett zusammen konsumierst. Und es geht hier eigentlich primär dadurch darum, dass man, wenn man zum Beispiel nach dem Training seine Mahlzeit zu sich nimmt, man ja primär die Glykogenspeicher füllen möchte und sich diesen Effekt zunutze machen möchte, indem man da die größte Menge Kohlenhydrate des Tages konsumiert. Deswegen sollte das möglichst fettarm sein. Muss es aber gar nicht. Du kannst auch nach dem Training Fette konsumieren. Nur werden sie dir vom Volumen deiner Mahlzeit und von dem Potenzial der Nährstoffe, die du eigentlich für deine Glykogenspeicher hättest, natürlich Platz klauen. Außerdem sind Fette, was die Verdauung angeht, so ein bisschen verlangsamt. Oft liegen schwerer, länger im Magen. Deswegen ist es meistens für eine Mahlzeit, die du extrem groß gestalten willst nach dem Training und vor allem für die Muskelregeneration, Muskelglykogen, also Kohlenhydrate der Muskeln, ausstatten willst. Klüger, wenn man primär auf Aminosäuren, also Protein und eben Glucose, beziehungsweise Kohlenhydrate für die Regeneration geht, für das Befüllen der Glykogenspeicher. Übrigens sind die auch nie komplett geleert. Auch das ist ganz wichtig, sondern immer nur zum Teil. Und lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich gezeigt, dass im Endeffekt die Kalorienbilanz entscheidend ist, ob du zu- oder abnimmst und nicht die Kombination verschiedener Makronährstoffe miteinander oder untereinander. Gar keine Frage, Extreme hier immer ausgeschlossen, wer sehr viel Zucker, sehr viel Fett zu sich nimmt, der wird einfach deswegen zunehmen, weil er wahrscheinlich die ganze Zeit im Kalorienüberschuss ist. Also auch hier zum Beispiel kann man gleich abhaken, abhaken, Fett macht Fett oder Nüsse machen Fett, wie auch immer. Du hast bei Fett einfach doppelt so viel Kalorien auf die gleiche Lebensmitteldichte und genau deswegen stehen solche Lebensmittel dann gerne mal in dem Ruf, dass sie dich dick machen. Dann kombinierst du das Ganze natürlich dann noch mit Zucker und das können auch vermeintlich gesunde Lebensmittel sein, wie dann eben Studentenfutter mit den getrockneten Früchten. Dann hast du natürlich, ich meine, habt ihr mal auf die Rückseite von einem Studentenfutter geguckt? Meine Fresse, das sind Kalorien. Dann hast du natürlich sehr, sehr schnell das Potenzial dazu zuzunehmen. Deswegen auch hier von mir immer der Tipp an die Leute, die schwer zunehmen können, baue gesunde Fette ein, baue Nüsse ein, so eine halbe Packung Studentenfutter am Tag für jemanden, der wirklich Probleme hat zuzunehmen, kann genauso effektiv sein wie ein Mahlzeitsersatzshake. Also nein, das stimmt so nicht, aber natürlich ist das Potenzial, je mehr Makronährstoffe, vor allem mit Fetten man dann mischt, durch mehr Kalorien größer, um zuzunehmen und klar, um auch Fett aufzubauen, gar keine Frage. Mythos 3. Fünfer-Split gleich Stoffer-Split. Hier möchte ich auf ein Video verweisen, auch ein sehr, sehr beliebtes Video auf meinem Kanal, das heißt ein für alle Mal, Fünfer-Split-Fanettis-Fragezeichen oder welcher-Split-Fanettis-Grundlagen der Regeneration. Da erkläre ich alles nochmal sehr, sehr genau und da erkläre ich auch, warum ich glaube, dass das einfach ein harter Irrtum ist und bevor jetzt aber jeder sagt, ey, früher, die Pros haben alle nur Fünfer-Split und es waren ja die Schwergewichte und so. Das stimmt, aber früher wurde viel gemacht, das funktioniert hat und das zeigt uns wieder einfach mal, dass sehr, sehr viele Wege nach oben führen und dass das auch okay ist und dass es vor allem im Training gesehen immer sehr, sehr schwer ist, etwas als falsch zu bezeichnen, denn solange man sich einen Reiz verschafft und genug Platz für Regeneration schafft, wird man erfolgreich sein. Deswegen funktionieren auch per se fast alle Trainingssysteme, eigentlich alle, weil die Prinzipien der Regeneration, die müssen eingehalten werden, Reiz setzen, regenerieren lassen. Wenn dann die Ernährung stimmt, baust du Muskeln auf. Das ist gar keine Frage. Jetzt aber ganz kurz, warum ich finde, dass der Fünfer-Split zu Unrecht zu einem Stoffer-Split gemacht wird. Wir vergleichen ganz kurz die Regenerationszeiten von einem Naturalathleten und von einem Stoffer. Ein Naturalathlet zeichnet sich dadurch aus, dass er länger für die Regeneration braucht. Richtig? Da sind wir uns alle einig. Ihr merkt schon, wohin das führt. Während der Stoffer, rein muskulär gesehen, sehr, sehr viel schneller regeneriert. Klar zielt das Prinzip eines Fünfer-Splits darauf ab, den Muskel so hart zu reizen, dass er wirklich beeindruckt bleibt, in Anführungsstrichen, und die volle Regenerationszeit bekommt bis zum nächsten Hit in der nächsten Woche. Gar keine Frage. Aber jetzt vergleichen wir mal diese zwei. Wir haben jemanden, der muskulär gesehen schneller regeneriert und wir haben jemanden, der muskulär gesehen langsamer regeneriert. Für wen von beiden passt ein System, bei dem ein Muskel nur einmal die Woche wirklich getroffen wird, besser? Klar, für den, der langsamer regeneriert. Das heißt, eigentlich muss ein Stoffer dafür sorgen, dass er den Muskel öfter die Woche reizt. Denn bei ihm ist das Potenzial der Regeneration dafür ja gegeben. Muskulär gesehen. Jetzt kommt wieder die Krux, die die Praxis zeigt, es funktioniert alles. Bei Nettis können Fünfer-Splits super funktionieren, aber bei Stoffern auch. Und umgekehrt genauso. Es gibt Nettis, die fahren wunderbar mit Push-Pull-Beinen. Und wie gesagt, hier möchte ich auf mein Video verweisen. Denn hier geht es wieder nur um eine einzige Sache. Beachte die Grundlagen der Regeneration. Dann kannst du dir einen Push-Pull-Beinen zusammenstellen, der für dich als Nettis wunderbar funktioniert. Du kannst dir aber auch einen zusammenstellen, mit dem du deine Regeneration komplett gegen die Wand fährst. Auch das ist denkbar. Also hier, Fünfer-Split gleich Stoffer-Split, für mich persönlich ein absoluter Mythos. Und so einfach ist das Thema nicht. Bitte die Regeneration und ihre Grundlagen immer beachten. Und dann wird fast jedes Trainingssystem irgendwie funktionieren. Sofern du damit klarkommst, ja. Mythos 4. In der Diät muss man auch Volumen trainieren. Klar, man muss gar nichts. Also im Endeffekt ist das auch ein Mythos. Man muss natürlich gar nichts. Es gibt aber ein paar Thesen, die definitiv oder ein paar Gegebenheiten, die meiner Meinung nach dafür sprechen. Fangen wir mal mit etwas an, das sehr, sehr abseits steht und aus sehr wenigen bekannt ist. Nämlich das Lehren der sogenannten IMTGs. Das sind die intramuskulären Triglyceridspeicher. Das bedeutet, also auch der Muskel hat Triglyceridspeicher tatsächlich. Das ist aber viel weniger signifikant, als jetzt irgendwie generell das Körperfett zu sehen ist. Aber es hat sich gezeigt, dass durch starkes Volumentraining der Muskel nochmal seine muskelinterne Triglyceridspeicher weitestgehend lernen kann. Wodurch du doch vielleicht einen kleinen optischen Unterschied ausmachen kannst. Wie signifikant der ist, darüber lässt sich jetzt streiten. Aber jetzt kommen wir dazu, dass das wirklich nur ein Nebeneffekt ist oder nur so ein Nebending und kommen zu der Praxis und warum das eigentlich so oder so passieren wird. Während wir im Aufbau bei Kräften sind, voll im Saft sind, die Gelenke ausreichend bewässert, geschmiert, wie auch immer, wie du es nennen möchtest, und belastbarer, wird im Laufe der Diät mit dem Trockenwerden, vor allem wenn wir jetzt Leute anschauen, die Steroide nehmen, dann entsprechend versuchen, ihr Cortisol zu drücken, immer trockener werden. Dann tatsächlich auch Dinge nehmen, wie Winstrol und so weiter, die die Gelenke auch austrocknen lassen. Ist eigentlich relativ logisch, dass man, wenn man klug ist, mit der Zeit weg von unglaublich schweren Gewichten geht. Was nicht bedeutet, dass man das von Anfang an methodisch machen sollte, sondern man sollte, und das ist etwas, da muss man einfach sich selbst ein bisschen kennen, da muss man sich selbst reinfühlen. Und man sollte schon bestrebt sein, solange man kann, schwer und hart zu trainieren, vor allem in der Diät. Denn hier geht es darum, die Muskeln nochmal völlig zu fordern, nochmal mehr Kalorienumsatz zu erzeugen, das ist wichtig. Viele Leute werden in der Diät sehr träge, die werden faul, die werden faul im Alltag, wodurch sie dann wirklich stagnieren, weil sie sich plötzlich viel weniger bewegen als vor der Diät. Das ist wirklich so, das macht viel aus, der sogenannte Need natürlich. Und sie werden auch träge im Training. Und hier ist ganz einfach Folgendes zu sagen, du musst dich reinfühlen, du musst fühlen, wie du trainieren kannst, solange du schwer trainieren kannst, trainier schwer. Aber mit der Zeit, mit Verlauf der Diät, wirst du keine Wahl haben und immer mehr auf Volumen gehen müssen, um dich sozusagen leer zu pumpen, das kennen wir alle. Du musst auf deinen Reiz kommen, dann fängst du an mit Dropsets, mit Supersets, mit allem Möglichen. Und das sind, deswegen sage ich zu den Leuten im Aufbau oder wenn sie ganz normal trainieren, heb dir sowas für eine Diät auf. Weil die wollen immer alles Mögliche an kranken Scheiß drin haben. Ich sage, zieh diese Joker in der Diät, wenn du mit weniger Gewicht arbeiten musst und dich leer machen willst. Das macht Sinn. Und dann kommen diese Dinge ins Spiel, dann hast du aber überhaupt keinen Bock drauf. Aber sie werden wirken. Das heißt, zwangsläufig wirst du in der Diät vor allem gegen Ende auf Volumentraining gehen müssen, um dich gesund zu halten und deine Gelenke nicht zu gefährden. Und eben ein bisschen tatsächlich auch um den Kalorienumsatz weiter zu fördern, die Muskeln so ein bisschen leer zu pumpen, die Glykogenspeicher zum Teil zu leeren. Das alles erreicht man eigentlich vor allem unter gesundheitlichem Aspekt sicher mit hohem Volumentraining im Verlauf einer Diät. Das würde ich schon so sagen, obwohl es kein Muss ist. Mythos 5. Magnesium gegen Krämpfe und Muskelkater. Hier muss man wahrscheinlich unterscheiden. Gegen Muskelkater halte ich es für absolut nicht signifikant. Sicherlich ist aber Magnesium einer der Bausteine zusammen mit sehr, sehr vielen Bausteinen der Regeneration, die dafür sorgen, dass du wieder regenerierst. Und zusammen mit der richtigen Ernährung, Wasser, Schlaf, bla bla bla, ist das natürlich einer der Bausteine, der dafür sorgt, dass du regenerierst. Und dass du regenerierst, heißt natürlich auch, dass der Muskelkater dann verschwindet, bla bla bla. Ganz wichtig auch hier, Muskelkater, das wissen wir alle, ist kein Muss für Muskelwachstum. Trotzdem ein schönes Gefühl, wissen wir alle, wir wissen, wir haben irgendwas getroffen, aber es zeigt eigentlich nur, du hast irgendwas anders gereizt als sonst. Oder vielleicht ein bisschen schwerer als sonst. Aber auch ohne Muskelkater machst du Fortschritte. Das ist nur nebenbei. Aber ich denke, das ist den meisten klar. Was interessant ist, ist die Sache mit den Krämpfen. Tatsächlich ist es ja so, dass Magnesium eine relaxierende Wirkung auf die Muskeln hat, also eine entspannende Wirkung. Weswegen Magnesium sehr, sehr schnell, beziehungsweise sehr weit verbreitet ist als akutes Hilfsmittel gegen Krämpfe. Und das stimmt auch so. Das bedeutet, in dem Moment, in dem du Krämpfe hast, kann dir Magnesium Abhilfe schaffen. Hilft Magnesium deshalb insgesamt dagegen, dass du weniger Krämpfe bekommen wirst? Nein, so einfach ist es nicht. Denn hier geht es um den Elektrolythaushalt an sich und nicht nur Magnesium. Hier geht es tatsächlich meistens um ein Wechselspiel aus Wasser, Kalium, Calcium und vor allem Salz. Salz ist einer der Hauptverantwortlichen. Das zeigt die Praxis immer wieder für Krämpfe. Das kann ich dir als Tipp mitgeben. Wenn du starke Krämpfe hast, immer wieder beim Training, und jetzt denk mal darüber nach, vielleicht vor allem in der Diät und vor allem im Sommer, denn da schwitzt du sehr, sehr viel, dann ist es meistens dein Salzhaushalt. Und woher kommt das? Vor allem, wenn jemand sich Gedanken macht über gesunde Ernährung und anfängt, selbst zu kochen, frisch zuzubereiten, egal, wie auch immer, einkaufen geht und anfängt, sich wirklich selber mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und dann vergisst er oft ein, zwei Sachen, wie zum Beispiel auch das Salzen, oder es wurde ihm von irgendjemandem der Floh ins Ohr gesetzt, Salz macht Fett, Salz zieht Wasser. Und das ist so eine Fehlkommunikation, denn wir brauchen Salz. Wir brauchen Salz für unsere Leistung, wir brauchen Salz für den Pump. Salz ist extrem wichtig für uns. Und wenn wir nicht mehr plötzlich Salz von überall aus der Ernährung, was übrigens meistens absolutes Schrottnatrium ist, beziehen, dann merkt unser Körper das, wenn wir plötzlich selbst kochen. Und wenn dir dann auch noch jemand den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass Salz schlecht ist, weil es dich irgendwie dick macht oder was weiß ich, Salz steht in Verbindung mit dem Altysteroenhaushalt, also gar keine Frage, mit dem Wasserziehen und so weiter und so fort. Aber es ist einfach so, dass wir ein bestimmtes Level an Salz brauchen. Und deswegen wird das oft missverstanden. Klar, du nimmst zum Beispiel bei einer Diät gegen Ende das Salz raus, um trockener zu werden. Aber es gibt auch Gegenreaktionen des Körpers, die sehr schnell kommen und dann wirst du wieder wässrig. Deswegen, du solltest Salz immer auf einem gesunden und als Kraftsportler vor allem auf einem hohen Niveau halten. Während bei normalen Menschen der Salzverbrauch in der Regel bei um den 4 Gramm ungefähr liegt, geht es bei Kraftsportlern bis 20 und aufwärts. Und das liegt tatsächlich daran, wie dein Haushalt so ist. Da musst du dich ein bisschen kennenlernen. Und deswegen kriegen die Leute Krämpfe. Sie haben meistens schlicht und einfach einen Salzmangel. In den meisten Fällen ist Salz das Problem, nicht Magnesium. Magnesium wird dir akut vielleicht helfen, aber mein Tipp, wenn du im Sommer oft Krämpfe hast, versuch auch mal folgendes. Kipp in deinen Booster nochmal einen Gramm Salz oder sowas rein. Schmeckt eklig, aber erstens, du hast einen noch krasseren Pump, das merkst du wirklich. Und du wirst weniger Krämpfe haben. By the way, hier auch noch kleiner Werbetipp. Die Bulletproof ERAs von BigZone haben genau deswegen eine Elektrolytmatrix enthalten, damit sie dich auch während dem Training mit wertvollen Elektrolyten versorgen. Und deswegen bin ich auch da der Überzeugung, dass das eine sehr gute Hilfe sein kann. Aber ansonsten, schau auf deine Ernährung. Wie immer ist das der Key für alles. Wenn du Krämpfe hast, ist meistens Salz der Schlüssel. Salz, das in deiner Ernährung fehlt. Nicht Magnesium. Okay, super, das waren die fünf Mieten. Dann jetzt bitte eine Abmoderation. Okay. Ja, in diesem Sinne, ich denke, ihr habt wahrscheinlich noch einige weitere Ideen. Schreibt sie in die Kommentare. Schreib auch gerne rein, wenn du anderer Meinung bist. Sehr, sehr gerne. Wir können hier alle diskutieren. Und ansonsten, achso, ich wollte noch sagen, ich antworte nicht manchmal, wenn ich die Sache schon im Video erklärt habe und dann einfach einer drunter schreibt, nee, ist nicht so. Schau ins Video, ich habe erklärt, warum ich das so sehe. Also ich sage nicht alles 20 Mal, aber ich freue mich natürlich sehr, sehr über dein Feedback. Deswegen schreib gerne drunter, was du darüber denkst, wie du die ganze Sache siehst. Ich lese das sehr gerne. Und vor allem, wenn du noch weitere solcher Themen hast, zu denen du meine Meinung hören willst und hier einen offenen Dialog starten willst, hau es in die Kommentare. Ansonsten vergiss nicht, ein Abo dazulassen, wenn du den Content feierst. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Aaron Mike Bodybuilding.